und direkt der nächste versuch noch irgendwas speichern bräuchern nicht wenn wir direkt hier rauskommen noch mal alles nachladen das kann ich noch nach nichts vorher gehe ich aber noch eben die sachen die einen sammeln die ich einsammeln kann damit ich gleich nicht auf der munitionsramm bin und dann naja weggehauen werde schade dass ich hier die schalter nicht mit meiner pistole umlegen kann aber ist ja auch eigentlich logisch das war ja schon alles toll hässliche statuer also ganz ehrlich kein geschmack der jungen jetzt bauen dafür wirst du bezahlen müssen ja und so bleibt danke das bringt im ganzen jahr mehr das ist was heißt mehr tschüss danke dass du da warst na komm ich mach den eben hier oben warum muss der jetzt wieder runter wollen ich dachte schon die springen springen die schon rüber ich glaub ja ja tun sie ich bin nicht mehr natürlich mit öh ich glaube ich mir das ist das ist das ist aber ich glaube ich muss So, einmal rüber. Hihi. Das Geradte geht mir so auf den Keks. Ups. Da habe ich glaube ich welche fallen lassen. B kann nicht bloß nur. Okay, ich bin nicht auf der falschen Seite. Das ist Assi. Ouch. Das ist ja richtig Assi da zu campieren, wenn ich da rüber will. Wie du wagst es aufzustehen. Was sind wir denn hier? Also bitte, das ist doch schon ein bisschen unhöflich. Dann geben die mir auch nichts. Habe ich eigentlich eine Granate? Tatsächlich, ich habe eine Granate. Nee. Kriegen wir nicht so. Schade eigentlich. Ja, genau. Hier ist auch noch nichts drin. Ich habe mich nicht mitgekriegt. Ich habe mich nicht mitgekriegt, auch ruhig. Zack. Klirsch. Boah, das sind aber viele Leute. Wenn die Granate vollzieht. Nee, was? Wie bitte? Äh, das habe ich jetzt nicht verstanden, also. Uh, die Stryker ballert aber ordentlich was. Wenn ich jetzt nicht erwarte, dass die so einen Wumms hat. Lieber Scholli. Mhm. Ha. Alles eingenommen und jetzt geht dieser scheiß Lauf los. Na, ich hasse nichts. Ach, nur eine Taste, okay. Ich meine, ach ja, okay. Der letzte Turm. Lauf, Leon. Wie das aussieht, finde ich, läuft. Oh mein Gott. Also, ganz normales Daumen drücken klappt da jetzt nicht. Schade. Also, muss ich jetzt ab sofort wieder den Zeigefinger von der linken Hand drauf tun und dann von der rechten Hand den Daumen drücken, damit es schneller geht. Ja. Weil es ein Mist, wie ich ist. Genau. Könnt ihr ja mal selber probieren, falls ihr mal mit dem Controller spielen und nicht schnell kicken müsst. linken Zeigefinger drauf und dann einfach mit dem Daumen oder mit dem anderen Zeigefinger drauf drücken. Naja. Irgendwie klappt das nicht. Na, ich hab auch ein bisschen verkackt, jetzt muss ich dazu sagen. Auf ein neues. Ja. Das ist eigentlich der Grund, warum man meistens stirbt. Besonders wenn man den ersten Durchlauf macht und sich nicht ändern kann. ganz neu im Spiel ist. Ja, ja, kannst du sprechen. Mann, ey. Die Technik hier ist, äh, ein Saar. So, aber jetzt. Geht doch. Endlich hat's mal geklappt. Schweinerei hier. Was erwartet mich eigentlich jetzt hier? Ach, der. So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy. You again. The sacred right that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. This is no ritual. It's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Oh, yo. Na, das liebe ich einfach an ihn. Jetzt gehen wir erstmal wieder Besuch. Weil ich jetzt schon keinen Bock drauf hab. Haben wir denn hier auch irgendwo einen Schatz? Oh ja, hinter uns. Wahrscheinlich aber über uns. Ach ja, jetzt darf ich auch noch ausweichen, wenn ich hochlaufe. Weil es ja nichts besseres für mich gibt. Na, jetzt kommen diese Shitfässer. Eben warten und dann. Oh, oh, das war knapp. Hm, ich glaube aber die lassen uns nichts trinken. Oh, jetzt auch noch brennende Fässer. Also der Schatz ist anscheinend oben. Okay. Ich bin ja jetzt am Schalter. Ich bin ja jetzt mal rollen lassen. In der Zeit kann man nicht um den da oben. Hm, so er wohl ist. So lauf mir mal ein bisschen runter. Ich will ja auch noch diese Sachen kriegen. Die ist nur für mich hier gemacht. Jetzt können wir das runter schmeißen. Oder war das nicht so runter schmeißen? Anscheinend nicht. Lass noch nicht wirst du runterfallen, falls ja doch einer von unten jetzt kommen sollte. Oh, eine Brandgranate. Wenn ich die mal gebrochen kann. Kann ich den Aufzug überhaupt nicht nutzen? Ach ja, stimmt. Ich muss die Sachen da runter tun und nicht drauf tun. Ähm, das ja. Tschüss. Ja genau, habt ihr diesen Bug gesehen? Hier ist auf einmal doch da durchfällt, obwohl es nicht gehen sollte. Na ja, jetzt kommt ihr. Oh Gott. Oh ja, schießt auf mich, aber ich weiß nicht. Den gebe ich den Zugplatz. Bam! Nicht sehr effektiv. Verdammt. Das ist nicht deren Ernst. Super. Super. Bitte kein Parasit. Ja. Das wird jetzt einmal wehtun. Ja. Was jetzt davon und dann einfach mal ein bisschen brennen gehen. Nimm ich das einfach noch und dann. Ich habe jetzt reizt mir. Der lebt noch. Ich wollte euch nur mal informieren, dass meine Schrohrflinte vorhin vier Leute einfach mal so weggeknallt hat. Also könnte ich die jetzt hier auch mal so einfach. Zack. Dann müssen wir mal wieder hier synchron sterben wie sonst was. Genau, er weigert sich. Parasit. Hey, wer hätte das gedacht? Hier muss ich ja irgendwas verpasst haben. So, und wo soll jetzt der Schatz sein? Okay. Bin ich gespannt. Mal schön nachladen. Falls sie mich doch gleich nochmal von vorne überraschen wollen. Weshalb auch vielleicht die Musik noch weiterspielt. Ja, und dann sind wir schon gegen Salasa jetzt dran. Gleich. Nach dem Aufzug sind wir dann vor der Tür und dann... Nein, ich brauche gelbes. Ach, da ist die. Ah, schon wieder der Goldreife. Also wie viele Goldreife hier verschwunden sind. Das ist ja Mysterious. Ich glaube, bist du ein Ritter oder Vierter nicht schon verkaufen, du? Ach, hier muss ich jetzt nichts mehr befürchten. Oder doch? Ich weiß gar nicht mehr. Nein. Aus und vorbei. Jetzt kann ich nämlich speichern und vorher noch einkaufen. Was wir natürlich erstmal machen werden. Yo. Mein Händler. Oh, was gibt ihr uns denn da bitte alles Schönes? Gleich hätte ich das als letztes aufnehmen sollen. Willkommen. Ich habe ein paar rare... Was ist das? Hm. Bringt mir alles nicht so viel, wie erhofft. Vielen Dank. Rezeptor, uh. Tunen. Sag mir bitte. Ich kann... Jawohl. Putz. Jetzt kriegen wir Probleme, mein Freund. Also ich kann es nochmal aufrüsten. Man hat nicht genug Kohle für. Ja, das reicht nicht. Nicht ganz. Danke. Aber ich hoffe, ich kann dir jetzt mir... Ähm... Nein, ich kann es mir nicht. Scheiße. Laden wir noch alles eben nach. Ist nachgeladen. Ist, ist, ist... Ich mache euch mal eben die ab. Und dann geht es jetzt in den Kampf. Endlich. Ich mache euch. 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 Ich mache euch.